Ja, und damit alle Ruhe und herzlich willkommen zurück zu Nightingale mit mir in dem Kabin und, äh, ja, wir haben unsere Behausung gebaut. Es ist ein wunderschöner Würfel. Äh, wir werden uns jetzt, äh, noch nicht auf den Weg... Ach, du Kacke, Moment mal, ich muss mal mal, äh, wieder umstellen. Da. Ja, das ist ein bisschen überdrehen. Ich muss noch erstmal ein bisschen stufflos werden. Ich fühle mich ein wenig überladen. Und das sag ich ja. So, das kann mich... Ach, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, was das bringt. Was bringt mir denn das da? Ich lass das hier. Weil, wie gesagt, das ist 40, äh, das ist 40 Munition. 41. Und wie gesagt, ich will mir ja erstmal benehmen wie die Axt im Wald. Das heißt, geradeaus, geradeaus. Sag mal, ich muss das bestimmt nachladen. Oh ja. Ich hoffe, dass das auch nachgeladen bleibt. So, und wenn wir denn hier ein paar Möbel haben, ich geh mal davon aus, dass dann das Werkzeug kaputt geht. Wenn ich den schmeiße, ich würde irgendwo hier in eine Wallachie und das ist aus Versehen mir aus dem Inventar gefallen. Ey, echt jetzt? Achso, ich kann klettern. Da ist noch ein Stein. Oder was anderes. Da liegen Gegenstände. Holz. Wer schmeißt denn hier Holz hin? Hier ist lauter Holz. Ich muss mal runter. Die Sauber hätte mich ablenken. Es hat funktioniert. Ja, doch. Ich kann doch nichts dafür. Wenn der das da hinliegen tut, das war mal ein Baum. Das waren mehrere Bäume. Sorry, tut mir leid. Aber ich brauche ja auch das Material. Wahrscheinlich. Und wenn das schon da liegen tut, ich muss nichts machen, dann nehme ich das da mit. Das hätte man natürlich Stein machen sollen. Das hätte Zeit ohne Ende gespart. Und ich sehe, die See ist wieder rau. Ja, ja, ist doch gut. Eine raue See. Boah, da... Ne, warte mal. Bevor wir losrauschen, ich will mir das da oben antiken. Es interessiert mich. Ich möchte wissen, warte das... Was ist das da? Fühlt denn der Kabin sich ein wenig erleichtert? Ein wenig. Ich hoffe, dass ich das irgendwie nochmal mit der Macht der Gedankenpower erweitern kann. Der kann doch nicht mal hier hochspringen. Das ist ja peinlich für mich. Ich alte Berg zicke und kann doch nicht mal so ein kleines Ding hier hochspringen. Wo kommen wir denn da hin? Die Dome. Boah. Das schreit nach Picknick. Oh, es brutzelt. Es bohrend. Es bohrend. Aber das sind bloß normale, wa? Ruf im Arsch. Oh, ich hab keine Ausdauer. Ich hab hier Logen. Hallo, gehen hier. Ich bin tot. Ich hab nicht drauf geachtet. Das kann mal passieren bei uns. Bei mir kann das passieren, mein Dick. Ich bin hier gestorben. Weil ich nicht aufgepasst hab. Jetzt aber schnell zurück. Mein kostbarer Stuff. Hey. Die ganze Zeit achte ich auf so'n Kack, aber jetzt auf eh mal nicht mehr, oder wat? Na gut. Gut. Ich mach die weg. Ha, 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 ha. Ey. Ne goeine Kiste. Kann ich die verkaufen? Na dann kommt mal. Nein, ich kann da... Genau. Blocken. Dit hat gefehlt. Dit ist et doi gewesen, Mensch. Na ja. Jetzt ist et eh zu spät. Dit ist passiert. Aber vielleicht krieg ich ja trotzdem noch wat. Aha. Ich bin der Günstling von Gosa. Oh shit. Ich bin der Kleiner kam... Äh... Känguru. Ich kann hüpfen bis zum Miet nie mehr. Ey, dann kann ich mir dit mal ankicken. Wat bist denn du für Ina? Irgendwas sagt mir, dass ich da näher ran gehen soll. Kann ich hier hochspingen? Äh, hast du gedacht, du kannst mich bezwingen, oder wat? Oh oh. Gut, äh, auch dit's. Ach du shit. Da sind gerade welche gespawnt. Ist dit ne gute Idee gewesen? Ich wies dit nicht. Ich glaube mal, eh ja jetzt gerade nicht. So, warte mal. Hahaha. Dit ging ja schnell. Jut, hier sollte ich mich auch nicht aufhalten. Oh, ik muss aber auch heute will auf rate Art und Weise lernen, oder? Kann dit sein? Also irgendwas sagt mir, dass ik dafür noch nie so bereit bin. Für immer wat ik da ook geben mag. Eigentlich wollte ik ja auch da ja nie hin. Lass mich mal raten. Ja, jenau dat hat mir nämlich gedacht. Jetzt kann ik nämlich auch nie mehr springen. Und ik komm ook nie an meins Dach an. Dit is natuurlijk jetzt richtig doof. Richtig, richtig doof is dit jetzt. Vor allen Dingen meine Munition ist da drinnen. Na ja, gut. Jetzt is it, ha? Jetzt is it so. It is so, wie du dich. Vielleicht komm ich ja doch irgendwie ran. Aber der hat ja gleich losgeballert. Das ist ein Ballerdud. Ein Ballerdud ist scheiße. Aber komm da nicht ran, wa? Und außerdem ist ja zur Sprungpassage technischerweise auch nie so. Oder ist dit jetzt offen? Es ist dir offen zu gehen. Achso, ik kann ook so hochklettern. Naja, jut, ik muss ja auch irgendwie da hochkommen, wa? So, wie kriegen dit jetzt ruf? Also, kaputt machen kann ik dit schon mal nicht. Ik muss, ja gut. Ik bin ja jetzt, wie gesagt, da rin hüpft. Und raus hier kommen werk ja so oder so nicht. Aber ik muss mein Stuff doch irgendwie belakrieren. Ik bin von da drüben gekommen, wa? Kann ik dit nochmal reaktivieren? Ik möchte wieder springen können. Wie ein junger Gott. Aber ohne dit sterben. Dit wär cool. Dit ist dit ja nicht. Schon wieder was neu zu entdecken. Möcht ik dit entdecken? Ik möchte dit entdecken, aber... Es lässt sich nicht entdecken. Oh. Vielleicht der doch. Hallo, du. Hallo. Ich weiß nicht, wat ik met dien machen soll. Ach so. Du kannst ook alet neem. Jutsch. War doch niet aletverlust. Oh, dat is nog ne kiste. Ik drück dit immer wieder, wa? Es lag hier. Dat heisst ik darf ik dat neem. Wie gesagt, dat doof is. Ik komm da an die Stuff nie ran. Die Frage is, bleib dit jetzt da? Aber ik glaub nich, ne? Dat wird irgendwann mal dispawn. Da unten die Anzeige, glaub ik. Spätestens dan is dat weg. Da kommst dat so nie ran. Da kommst dat so nie ran. Ja, ik dix heute dat... Dat Thema is durch, wa? Dat soll ik... Mann, mach doch sowas nicht. Bin heule zweimal gestorben. Ik bin, äh... Wat dit anjen tut een bissle ängstlich. Ja. Oh, wat is een ditte? Na, nichts. Naja, egal. Dan is het zo. Zweimal sterben pro Folge reicht. Man muss het ja nie übertreiben. Aber ik komm er wieder. Dat is... Dat letzte Wort is nog niet sprachen. Alter, der hat mir ja sowas von nackig gemacht, wa? Also, een Schuss, zack, bumms, weg, wa? Jut, ik hab ook richtig rin geguckt, wa? So. Wat is een ditte? Aber ik hatte met den Gedanken gespielt, Ik wollte er schon rin schießen, also... Ik hab met den Gedanken gespielt. Aber er war schneller met zijn Gedanke. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Wat ik maken wollte. Also, dat is niet mijn level. Kan ik ik ergens zien? Heb ik hier sowas wie een level? Ja. Gesundheid. Bla, bla, bla. Da muss nog wat gemacht werden, wa? Na gut, aber die anderen, äh... Wird aber nix ook niet meer gestorben. Ik wollte gerade sagen, die anderen klatschig weg. Aber da wurde ik ook weggeklatscht. Bla, bla, bla. Wat is een ditte? Is het dit schon? Also, die... Entfernung, die sind aber ook... Gern schön... Äh... Komisch. Die Anzeigen. Nee, is het niet. Wat is een ditte? Bitte niet hauen. Oder schiezen, oder sowas. Ik ben wozenzuschauer. Ik schaue nimmig zu. Nee, kannst niet. Moment, maar was. Nee, daar werden er maar niet zegt. Essenzhändler. Oh, we zijn toch echt hier. Een essenzhändler. Alter, der benimmt zich wie een de axte in wald. Ey, is der dit gewezen? Is der bis naar ons gelaufen? Und hat er holz geknattert? Weeselijk niet. Einfach... Ne? Ok. Dat zijn Weltkarten. Wie kan ik mir... Licht had er ook. Der hat Holzdächer. Und Steindächer. Nee. Achso, daar unten. Kijk maar. Dat is dat wat we hebben. Schmelzofen, Sägetische... Wat brauch ik nogal? Äh... Klamottenmäßig. Herstellung. Nee, Bank. Dat is dat wat ik brauche. Ah, 55, Alter. Du Halsabschneider. Naja, jut. Ik brauche dit. Schmelzofen. Bessere Werkzeuge. Dit wär genau mein Ding. Jut. Hamer. Hamer. Dit heis ik kan jetz die nächsten... Oh, is dit een schönes Wetter. So, ik ga maar davon aus... ...wenn ik er... ...Viechervermöbel... ...oder Dings einsammel... ...dan is dit zo... ...dat ik zo wat krijg... ...zum inkoufen. Eine Pferdekutsche. Sag maar, zijn die lupbaar... ...oder is dit bloß... ...trappen, appen, trappen... ...trappen, trappen, trappen, trappen. Nee, hier is niks meer drinne. Da is nischt meer drinne. ...meine Hütte wo is nischt. Meine Hütte wo is nischt? Meine Hütte wo hat er eigentlich gerade angezeigt? Ach, da is er doch. Da, zieh da. Oh, kieken sie maar da. Was haben wir denn da? Schweine? Die Dinger greifen bestimmt an. Ach so, dat is een Rätsel. Du musst kieken in welcher reinfeuert dit is. Eins. Zwei. Ach, die sind ja bloß drei hier. Werd maar op. Also. Ups. Wollt ik niet. Ik weet niet, wie man dit aktiviert. Ja, welik ja. Ach so, eff. Dit vielleicht? Na nee. Ach so. Siehste? Siehste, siehste, siehste. Nur ik hab da falsch gedrückt gehabt. Ik kan wieder springen wie ein Gott. Die Frage ist, wo hat der Gott sein Haus? Wie das ist da hinten? Da hinten. Aber da hinten ist ein Schiff. Oh, äh. Nee, dat sollte ik ganz, ganz vorsichtig sein lassen. Also, obwohl, ich muss eigentlich... Wie eine Feder. Jut, wat, runterkommt, äh, hochkommt, muss hoch, will er runter, wa? Wie lange hält denn das? Ich bin ja schon sprunghaft heute. Er ist tot und dann sprunghaft. Jut, wenn ich so hoch springen kann, muss ich auch so eine Abgründe hinter mir lassen können, oder? Weil das andere würde ja keinen Sinn ergeben. Das macht ja Spaß. Aber ich glaube, das wird schon wieder weniger. Whee! Ich würde jetzt an meinen Staff rankommen, aber ich komme da nicht mehr raus, wa? Oh, oh! Hallo, sie! Es war ein Versehen. Ich wollte bei ihnen nicht einfach so rin hüpfen. Das lege mir fern. Kann ich hier auch so runter springen? Wir werden es gleich rausfinden. Oh, Entschuldigung. Eigentlich hatte ich Müd gedrückt. Ich hoffe nicht, dass ich verheißen habe, die Müd zu deaktivieren. Weiter, weiter. Reizhustern. Er reizt mich. Das blöde, meine Lebensanzeige da hinten, äh... Ich glaube, das ist auch die Anzeige, wie viel Zeit ich habe, mir heute wieder zu holen. Nee. Und ich werde jetzt versuchen, da hoch zu springen. Also, wie ich das vorhin gemacht habe. Und ich werde dann versuchen, da irgendwie da unter, und wenn er um den Deck ist oder so, ich muss bloß, äh... richtig springen. Oh, nee, oder? Ach so, brauchst du auch. Hui! So, kriege ich wenigstens mehr jetzt noch wieder. Oh, nein! Jetzt ist es weg! Genau in diesem Moment! Spiel! Das tust du mit Absicht! Warte, war toll. Die Ehe, danke, war gut. Die Umsetzung war kacke. Na, gut. Ach, wie wir wollen so zauern, Alter. Ich hab gedacht, das hast du... Na, gut, dass du dich ewig hast, das hätte dir einleuchten sollen. Äh, müssen, Karin. Aber ich musste doch erst mal spielen. Ach, schön, schön. Gut, der ist eh gleich weg. Der Staff ist eh gleich weg. Der ganze geile Scheiß, den ich schon nicht hatte. Oh, nee, der hat ein Bibi. Ich lasse das. Bibi! Nein! Ey, der ist so dusch da hier. Ich brauch' ne Deckenlampe. Da, 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 da. Ich komm' nicht drum vorbei. Also, ich brauch'... Ich frage... Ach so, da brauch' ich ja... Ach so, Moment... Ach, nee. Ich habe gerade so überlegt. So, wie man überlegt. Äh. Dass ich das ja nicht hier bauen kann. Ach, doch, denn. So. Oh, ich kann hier... Ach, du Kacke. Äh, sorry. Okay. Das ist das. Weil die Schurmen, dann kann ich besser fliegen und so. Ne Angel. Fisch. Gießkanne. Also, Pflanzen. Ich soll mich pflanzen? Ey, aber ich sitze ja doch schon. Okay, 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 okay. Geh, warten Sie mal. B. Ich geh' mal davon aus, dass ich da... Mit auch, äh, gehen, äh, gehen. Ja, du kannst mal langsam gehen. Äh, Garn herstellen kann. Gut. Ähm. Ich glaube, das zählte auch dazu, oder? Ja. Hat's. So, jetzt brauche ich auch noch mal Knochen. Äh, nee, das ist das falsche. Das brauche ich. Ja, ja, ich geh's. War schwer zu tun. Tada! So, schnell will er rinschmeißen. In die ganzen Schiet. Oh, Kristall. Ähm, das schmeiß ich auch rin. Und eine Bühre. Gut, ich hab viele verloren. Aber ich hab auch viele Wille gekriegt. Äh, neue gekriegt, so. Mal siehst du, und der Schiet ist jetzt weg. Nee, der ist immer noch da. Der Todespuff ist bloß weg. Der Todespuff ist immer noch da, aber der wird bald verschwinden. Mal spätestens, wenn ich mich auslocke. Das heißt, ich kann mehr tragen. Eine Hose. Ah, dazu brauche ich gleich erstmal Stoff. Äh, dann seid ich mal hoch. Erstmal Tragetasche. Ich werd mir auf jeden Fall eine Tragetasche bauen, weil dann kann ich nicht mehr als Stoff. Ich brauch ein Leder. Gut. Leder. Leder. Es ist mir aufgefallen. Aber ich will das haben. Gut. Also. Zum Glück hab ich nicht die ganze Munition mitgenommen. Warten Sie mal, kann ich? Ja, kann ich. Nee, kannst du nicht. Ich werd ja nicht gleich normal sterben. Auf jeden Fall nicht da drinnen. So, äh, ich brauch Leder. Na denn. Nee, warte mal. Erstmal wollte ich ja gucken, ob jetzt das Ding hier kaputt geht. Oh, Bären. Nee, da. Das bedeutet, ich kann bald mehr schleppen. Wisst ihr, was ich haben wollte? Meine Wünsche wären erfüllt. Das ist wunderschön. Na, na. Komm hier. Das ist noch nicht kaputt. So. Au, ah. Na, komm. Ja. Es ist kaputt. Es bringt mir nur nichts. Hm. Ich würde da Musik wegschmeißen. Jut. Ähm. Ich damit. Hallo, sie. Aua. Ey, du Sau. Jetzt ist aber. Jetzt. So, und nun? Was hast du dazu? Du kannst nicht einfach hier so. Das geht nicht. Warum hieb das denn hier zweimal ablegen? Weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Ähm. Ähm. Ich habe mal eine Frage. Kann das sein, dass in meinen Rucksack da oben oder in die Tasche, meine Axt war? Nur mal so für einen Kumpel? Ach. Mal so. Nur mal so. Aber das ist ja bloß eine Steinachst. Wesen. Kann ich mir nochmal neu herstellen. Aber das würde mich jetzt ein bisschen ankotzen. Oh, ich habe wieder so was. Oh, jetzt sind wir 20, 30 Mal, dann kann ich wieder einen kaufen. Also, Zeug kriege, wenn ich was einsammle oder was töte. Ist das korrekt? Da, siehste. Jo, dann machen wir uns jetzt... Oh, 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 oh. Dann machen wir uns jetzt erstmal Leder. Damit der Kabin schön viel schleppen kann. Und dann braucht er Waffen. So, aber das nächste, was ich denn brauche... Sag mal, wo ist es denn, wie viel ich davon habe? Ach, da unten. 26. 50 hat die Schmelze gekostet, wa? Für bessere Werkzeuge und so. Frag für einen Kumpel. Also, ich brauche... Warte, 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 jetzt einmal Leder oder warte, jetzt... Warte, warte, muss man nochmal nachschauen. Eine Tragetasche. Siehste? Zweimal Leder. Leder. Rinn damit und da rinn mit und mach mal fertig hier. Und zack. Achso, ich brauche zwei, um ein Leder zu kreieren. Es fängt wieder an zu regnen. Ich glaube, ich mach mir hier auch nochmal eine zweite Etage, dass ich das komplett zu mache. Ey, aber guck doch mal halt, wie das aussehen tut. Den Licht einfallen und so. Oh, das ist schon schön. Ah, ist ja fast fertig. So, warte, mag ich. Das ist schon cool. So, haben wir einmal. Das glaube ich war bloß eh einmal, ne? Keine zweimal. Was denn das? Äh? Hab ich's jetzt oder hab ich's? Ne, ich hab's nicht. Einmal hab ich bloß. Ich brauche noch mehr. Da ist nichts. Kann ich nicht, äh, die Strücken will er zusammenbinden? Na gut. Muss ich wohl nochmal los. Ne, Moment mal. Ach ne, das hat ja zwei gekostet. So oben. Jupp. Ne, Lüft. Äh, Moment mal. Ich hab da was hier sehen, ja. Das fällt mir jetzt erst ein. Hab ich noch Steine? Aber Leder, äh, Riemen hab ich. Ich kann mir doch auch Kletterteile bauen. Ich brauch Steine. Vielleicht komm ich ja doch mal mein Stuff ran. Oder ich kann die alles. Eins von wem ist nur möglich. Ach so. Ich wollte jetzt sagen, ich lüft halt da mein Leder vorbei. Das Schöne ist, der ist nicht so weit weg. Aber wie gesagt, ich hab auch Angst, dass wenn ich, äh, ne Pause mache, wie bei gewissen anderen Spielen, dass der Stuff denn weg ist. Ich kann nicht springen. Ich bin überladen. Naja, das ist jetzt so. Ich muss daran denken, dass ich dann Stuff los werde. Oh, oh. Äh, warten Sie mal. Neun? Ne, nicht das. Äh, das neun. Das andere neun. So, jetzt brauch ich da noch ein bisschen Schnorchel. Oh, Alter. Freche Viehzeuge, ey. Echt mal. Bist du eh mal, ne, da? Äh, versuche sie, die auch zu räubern. Das sag ich euch. Achso, ne, Moment. So, äh, Kletter. Betacken. Ein wenig klettern. Vielleicht funktioniert es ja. Und jetzt erst mal Stuff los werden. Als ich meinen Stuff lakriere, sollte ich Platz haben. Ne, warte mal. Das Leder nimmt ich mit raus. Vielleicht rennt mir ja doch noch eine Sau ins, äh, vor die Flinte. Mein Haus versehen natürlich, ne? Und obwohl, wenn ich das kriege, brauche ich die Munition nicht, ne? Und mein Kletter-Stuff. Wo ist denn das denn jetzt hin? Achso, da ist es ja. Das ist es ja. So, warte mal, ich sollte wirklich, ich sollte so wenig wie möglich mitnehmen. Falls ich sterben sollte. Falls ich sterben sollte. Oder wenigstens, wenn man in dem Rucksack drin ist, sollte ich herausklappen. Warten Sie mal, die Pilze nehmen die Mikrope mal raus. Dann kann ich da die Lebensenergie vielleicht drin schmeißen. Und da ist er. Kann ich das da rinschmeißen? Ne, erstmal hier rinschmeißen und dann... Das muss ja möglich sein. Genau. Ist es doch. Jetzt ist die Frage, ob ich da hochklettern kann. Bei Re... Bei Hage. Aber will er rin. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, das lassen wir heute nochmal sein. Ich werde jetzt einen kleinen Päuse machen und dann werde ich sehen, ob das da noch bleiben tut oder nicht. Wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm. Weil das war noch nicht der geilste Scheiß. Aber schade, muss ich mir nochmal eine neue Axt herstellen. Aber das kriegen wir hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und, äh... Jo. Das heißt, wir machen die nächsten neue Klamotten. Ne, erst den neuen Rucksack und dann Klamotten. Der Cubby will mehr schleppen können. Also, bis dann, die bin raus. Tschüss.